Schönen guten Morgen bei Yamaha IFA 2013. Es ist Zeit für das nächste neue Produkt. Relit, der Name dieses Systems. Licht und Sound vereint, ausgestattet mit Bluetooth. Hier aber in dem Fall Bluetooth nicht einfach nur für die kabellose Audioübertragung von ihrem Smart Device, von ihrem iPad oder ähnliches, sondern als große Besonderheit die Möglichkeit über die Bluetooth-Verbindung das Produkt auch zu steuern. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit das Licht über die App zu steuern. Wir können die Musik über diese App auswählen, die auf diesem Gerät gespeichert ist. Wir können die Musik starten, die Lautstärke einstellen. Wir haben die Möglichkeit über einen Equalizer den Klang des Produktes einzustellen. Auch die Positionierung des Produktes, des Gerätes wird bezüglich der Wandaufstellung und so weiter eingestellt, damit man immer optimalen Sound hat. Für weitere Details besuchen Sie uns auf unserer Webseite de.yamaha.com. Dort finden Sie Informationen über das Produkt. Ich würde mich freuen, Sie im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Viel Spaß, auf Wiedersehen.